Hallo, ich bin Pam Scharper und ich stelle heute mein Buch Catching up with the Carters in your eyes vor. Ich befinde mich gerade im Thalia in Steglitz in Berlin und wir haben uns für diesen Drehort entschieden, weil das eben die Buchhandlung bei mir um die Ecke ist, wo ich mir immer meine Bücher hole, die ich lesen will und als nächstes kann ich jetzt hier stehen. Das ist ein sehr schönes Gefühl, genau und deswegen stelle ich euch das hier vor. Und genau, erstmal gehe ich so ein bisschen darauf ein, worum es denn allgemein in der Reihe geht, weil das ist ein Auftakt einer Trilogie und das spielt alles bei der Familie der Carters. Und wer sich mit Reality TV auskennt, dem sagt der Name des Buches vielleicht schon was. Das ist eine Anspielung auf die Kardashians. Die sind ja eine bekannte Reality TV Familie, die eben ihr ganzes Privatleben mit der Öffentlichkeit teilen und sich dabei filmen lassen, wie sie Partys schmeißen oder genau einfach die alltäglichen Dinge tun und damit sehr erfolgreich sind. Und das hat mich inspiriert, diese Reihe zu schreiben, weil ich mal eine Folge gesehen habe von den ersten Staffeln der Kardashians. Und da sahen Kinder eben von dieser Familie, waren auch relativ jung, so zehn, zwölf Jahre alt. Und ich habe mich da einfach gefragt, was das mit einem Menschen macht, wenn man so schon aufwächst. Ich meine, man hat sich das ja quasi nicht ausgesucht, das haben sich ja die Eltern für einen ausgesucht. Und man ist Teil von so einer Welt, bevor man irgendwie ja diese Entscheidung treffen kann für sich selbst und ist eben auch da ein bisschen ausgeliefert und die ganze Welt kriegt mit, wie man durch die Pubertät geht und durch schwierige Phasen. Und ich habe mich einfach gefragt, was das mit einem macht, wenn man eben nicht nur das Kind von berühmten Eltern ist, sondern eben auch in solchen auch noch dabei gefilmt wird bei allem. Und so ein bisschen, ich habe versucht, mir diese Frage zu beantworten und quasi in jedem Band so und auf eine bisschen andere Weise, weil man quasi in jedem Buch ein anderes Kind dieser Familie begleitet. Und heute stelle ich aber Band 1 vor und da geht es um Aphrodite. Und ich möchte direkt aus dem ersten Kapitel vorlesen, weil man da die Dynamik der Familie schon mal so ein bisschen kennenlernt, die natürlich nicht so ganz so wie bei anderen Familien abläuft. Genau. Cut, schreit ein Mann, den ich wegen den blendenden Scheinwerfern, die auf uns gerichtet sind, nicht erkennen kann. Nur das Blitzen der Kameraobjektive sehe ich. Alles, was dahinter liegt, versinkt im Dunkeln. Genervt lasse ich mein Besteck sinken. Schon wieder. Mein Essen ist längst kalt und ich habe nicht mehr als zwei Bissen zu mir nehmen können, weil irgendjemandem in der schützenden Dunkelheit hinter den Kameras nichts zu passen scheint, worüber meine Familie und ich uns am Tisch unterhalten. Alle sind hier. Meine Eltern, meine Geschwister und ein 20-köpfiges Kamerateam. Ein ganz normales Familiendinner also. Haben wir es bald mal, stößt Hadrian, der mir gegenüber sitzt und sein Essen noch verzweifelte anstatt als ich meines Seufzen hervor. Wenn ich noch einmal denselben Satz sagen muss, raste ich aus, murmelt Athena auf dem Stuhl neben mir, die immer automatisch ein Stück von mir abrückt, sobald die Kameras nicht mehr laufen. Hadrian und sie sind ein eingespieltes Team. Es vergeht kein Drehtag, an dem sie nicht die Augen verdrehen oder lautstark ihr Missfallen kundtun. Stellt euch nicht so an, ermeint meine Mutter die beiden über die gedeckte Tafel hinweg. Ich kann mir ein schadenfrohes Grinsen nicht verkneifen. Deswegen verstecke ich es hinter dem Beinglas, das ich an meine Lippen führe. Manchmal frage ich mich, wenn meine Geschwister und ich anfangen werden, uns wie Erwachsene zu übernehmen. Da wir schon über 20 Jahre alt sind, ist es wohl langsam soweit, die Hoffnung aufzugeben, dass dieser Tag jemals kommen wird. Haben wir genug im Kasten, richtet sich meine Mama und die Stimme aus dem Off. So nenne ich alle Regisseure, die in den letzten Jahren am Set von Catching Up with the Carters, der Reality-TV-Show meiner Familie, gearbeitet haben. Sie bleiben nicht lange genug, dass es sich lohnen würde, sich ihre Namen zu merken. Jeder im Business weiß, dass Evelyn Carter hohe Ansprüche hat, die niemand erreichen kann. Am wenigsten ihre eigenen Kinder. Meine Mutter ist immer perfekt und vergisst deswegen gern, dass niemand im Perfektionismus so liegt wie ihr. Ungeduldig streicht sie eine Strähne, die dreist genug war, ihrer perfekten Frisur zu entweichen, wieder hinter ihr Ohr. Ihre schwarzen, vollen Haare hat sie an jedes ihrer sieben Kinder vererbt. Unserem Dad sieht keiner von uns wirklich ähnlich. In den Medien kursieren viele Witze und nicht ernst gemeinte Theorien darüber. Mein Favorit? Wir wurden nicht gezeugt, wir sind durch Zellteilung entstanden. Haben wir es denn endlich, Darling? fragt mein Vater vorsichtig. Er ist der Einzige, der sich das erlauben darf, ohne sich dafür einen schnippischen Kommentar einzufangen. Zumindest, wenn meine Mutter einen guten Tag hat. Meine Mom steht auf und verschwindet hinter den Kameras, kehrt in die nicht perfekt ausgeleuchtete Realität zurück. Obwohl, ist das überhaupt die Realität für einen Mitglied der Carter-Familie? Ein Esszimmer, auf das Kameras gerichtet sind, beschreibt mein Leben eigentlich ziemlich passend. Mein Dad unterhält sich am anderen Tischende leise mit meinen älteren Geschwistern, Octavian, Caesar, Hera und Demeter, bis meine Mutter zurückkehrt. Wir haben es gleich, verkündet sie und wir seufzen. Schon seit Monaten drehen wir die neue Staffel von Catching Up with the Carters. Heute sollte der letzte Drehtag sein, aber er will einfach nicht enden. Ich will nur, dass ihr Mädchen noch kurz einen Blick in diese Zeitschrift werft. Ich brauche ein paar unverschämte Kommentare. Zwei Produktionsassistenten lösen sich aus der Schwärze, schnappen uns das Essen unter der Nase weg und legen stattdessen ein Klatschmagazin auf dem massiven Holztisch ab. Das kann man aber nicht essen, murmelt Athena in sich hinein und Tatrin versucht sein Lachen mit einem Husten zu übertönen. Vielleicht würde ich auch lachen, wenn mir die Vertrautheit der beiden nicht so auf die Nerven gehen würde. Seid ihr soweit, fragt meine Mutter. Ich nicke und sie schenkt mir ein zufriedenes Lächeln. Sie kann anstrengend sein, ohne Zweifel. Aber meine Mom ist eben eine knallharte Businessfrau. Daher hat sie keine Zeit für überflüssige Nettigkeiten und dafür respektiere ich sie. Die Stimme aus dem Off ruft und die Kameras laufen wieder. Da ich am Set dieser Show aufgewachsen bin, will ich mir ein, dass ich es körperlich spüren kann, wenn ich gefilmt werde. Athena rutscht wieder näher an mich heran und schlägt das Magazin auf. Meine Mom will, dass wir böse Seitenheber an andere Promis verteilen, damit sich die Zuschauer, die sich das Leben meiner Familie von der Couch ihrer Wohnung aus ansehen, kurz denken können, das hat sie gerade nicht gesagt. Das verkauft sich eben. Und wer bin ich, das in Frage zu stellen? Athena und ich spielen mit. Ich bin die Zicke, sie diejenige, die mich immer wieder ermahnt, nicht so gemein zu sein. Das sind unsere Rollen. Natürlich würde ich auch lieber ihre spielen, aber es hat mich keiner um meine Meinung gefragt. Habt ihr das furchtbare Bild von dem Edwards-Jungen gesehen, ruft unsere Mutter uns zu. Furchtbar. Klar, ein fieser Kommentar über die Edwards, unsere Rivalen, darf natürlich in keiner Folge fehlen. Athena blättert weiter, bis sie die Seite gefunden hat. Und ich erstarre. Obwohl ich das Gewicht der Kamera förmig auf mir fühlen kann, gelingt es mir für einen Moment nicht, mein Gesichtsausdruck zu kontrollieren. Mein Herz setzt keinen Schlag aus oder rast. Es schlägt im selben Rhythmus wie zuvor, aber nun scheint nicht mehr nur mein Herz sich zusammenzuziehen, sondern mein ganzer Körper. Ich weiß, dass ich diese Schläge brauche, um am Leben zu bleiben. Trotzdem tut jeder einzelne weh. Unter dem Tisch balle ich meine Hände zu Fäusten, löse den Griff wieder und strecke die Finger aus. Ich atme tief durch. Endlich habe ich meinen Schock hinter meinem neutralen, ein bisschen arroganten Lächeln versteckt, das ich schon vor Jahren perfektioniert habe, indem ich es stundenlang vor meinem Spiegel geübt habe. Ist die arme Frau sicher, dass sie so einen heiraten will, fragt meine Schwester grinsend. Sie sind ja nur verlobt. Sie kann es sich immer noch anders überlegen. Es ist ein Wunder, dass mir die Worte nicht im Hals stecken bleiben. Vor allem verlobt. Noch nie hat ein Wort einen so scheinen Nachgeschmack auf meiner Zunge hinterlassen. Garrett Edwards und Sängerin Catherine O'Connell verlobt steht dort in läutigenden Großbuchstaben über dem Foto, das die beiden zusammen zeigt. Ich will nicht weiterlesen. Ich sollte doch inzwischen gelernt haben, dass mir das, was auf den Seiten eines Boulevardmagazins geschrieben steht, nicht gefällt. Aber natürlich kann ich nicht anders. Garrett Edwards, der Sohn von Harold Edwards, Mitglied des Edward-Clans, einer der bekanntesten Reality-TV-Familien Amerikas, soll seiner langjährigen Freundin, der Country-Sängerin Catherine O'Connell, endlich einen Antrag gemacht haben. Das verrät ein Insider aus dem engsten Freundeskreis des Paares. Der Autor dieses Artikels tut ja fast so, als würde er über einen Adeligen berichten, wie wohl mein Titel und mein Stammbaum lauten würden. Aphrodite vom Hause der Carters, die erste ihres Namens, Spross eines ehrwürdigen Geschlechts von Reality-TV-Stars, Königin von Beverly Hills und Herrscherin über ihren Instagram-Account. Klingt auf jeden Fall glanzvoller, als einfach nur zu sagen, dass ich die Tochter eines in die Jahre gekommenen Girl-Group-Mitglieds und eines mittelmäßig erfolgreichen Schauspielers bin, die ihren Promistatus und das Leben im Scheinwerferlicht brauchen wie die Luft zum Atmen. Ich betrachte das Foto. Alles in mir zieht sich zusammen. So fest, dass es mich nicht wundern würde, wenn man es später auf den Aufnahmen sehen könnte. Die beiden stehen direkt voreinander. Garretts Hand liegt an ihrer Hüfte, sie hat ihre auf seinem Oberkörper abgelegt. Die Szene wirkt so intim, dass ich die Liebkosung, die er ihr ins Ohr flüstert, förmlich hören kann. Vertraut schauen sie einander in die Augen und lächeln. Ekelhaft. Cut! Die Stimme aus dem Off erlöst mich. Athena rückt wieder von mir ab, schließt endlich die fürchterliche Zeitschrift und ich trinke meinen Wein auf X. Leider ist das Glas nicht groß genug, um all meine Gefühle hinunterzuspüren. Man hat ja jetzt in der Szene schon gesehen, dass Aphrodite öfter mal in Klatschzeitschriften Dinge liest, die ihr nicht gerade gefallen. Aber viele Artikel drehen sich eben auch um sie und sie muss oft mit ihrem öffentlichen Image kämpfen. Sie wird oft einfach sehr anders dargestellt, als sie sich selber wahrnimmt, als sehr oberflächlich und eben so ein Partygirl. Und nach einem besonders bösen Artikel möchte sie gern was ändern und möchte eben beweisen, dass sie mehr ist als die Leute in ihr sehen und möchte sich gern was eigenes aufbauen, was nicht mit ihren Eltern zu tun hat, mit ihrer Familie, was nicht immer jeder sagen kann, ihr wurde alles geschenkt. Und deswegen führt sie das ans Set von einer anderen Reality-TV-Show, aber eben hinter den Kulissen, weil sie eben dort Erfahrungen sammeln will. Und da ich ja jetzt in dem Buch quasi nicht nur eine Reality-TV-Show habe, sondern zwei, muss ich das natürlich auch recherchieren und irgendwie gucken, wie ich das darstelle. Und habe dann eben Leute gefunden, die schon mal an Reality-TV-Shows beteiligt waren hinter den Kulissen. Das ist ja meistens so, man trifft eine Person und dann kennt die noch jemanden, die jemanden kennt. Und dann hatte ich gleich drei verschiedene Leute, mit denen ich telefoniert habe. Eine hat bei Jeremy Six Topmodel gearbeitet, eine beim Dschungelcamp. Und dann konnte ich eben nicht nur Sachen fragen wie, was ist ein Aufnahmeleiter, was ist sein Job, wie kommuniziert man am Set, wo wird das Equipment gelagert, also diese Sachen außenrum. Aber natürlich konnte ich von diesen Menschen eben auch noch ganz andere Informationen bekommen. Zum Beispiel, wenn man jetzt zwei Monate irgendwie in Los Angeles dreht und irgendwie weit weg ist von zu Hause, trinkt die Crew dann jeden Abend noch zusammen Bier oder ist eben diese, wie die Stimmung quasi ist. Freundet man sich an? Wie fühlt man sich, wenn man irgendwie so eine Gruppe ist für zwei Monate? Und genau. Und das hat mir sehr geholfen, eben das Buch noch zu schreiben und nochmal so einen Einblick zu bringen. Und wir steigen jetzt mit der nächsten Leseprobe dort ein, als Aphrodite eben an dem Set ankommt. Es ist ihr erster Tag am Set. Am nächsten Tag sollen die Dreharbeiten beginnen für eben diese Show, an deren Dreh sie beteiligt sein wird. Die Show heißt Celebrities in Love. Das ist so eine Dating-Show. Und der Kandidat, der quasi Liebe sucht, ist ein bekannter Sänger. Und genau. Und sie ist am ersten Tag dort und denkt, okay, das ist jetzt ein Neuanfang, es wird alles besser. Und dann muss sie leider einsehen, dass doch nicht alles besser wird. Und da fangen wir jetzt wieder an. Es wendet sich nicht alles zum Guten. Das ist mir schon wenige Stunden nach meiner Landung unmissverständlich klar geworden. Oder besser gesagt, klar gemacht worden. Als ich nach einem sechsstündigen Flug von Los Angeles nach Honolulu aus dem Flughafen in die Sonne Hawaii hinausgetreten bin, habe ich tief durchgeatmet. Auch der Zigarettenrauch, den mir die Frau neben mir direkt ins Gesicht gepustet hat, konnte den starken Geruch nach Neuanfängen, der in der Luft hing, nicht überdecken. Ich habe mir einfach meine riesige schwarze Sonnenbrille, die mein halbes Gesicht verdeckt und die Kappe, die über den Rest einen Schatten wirft, gerade gerückt und bin weitergelaufen. Mein Glauben daran, dass diese Zeit bei Celebrities in Love ein Wendepunkt für mich sein könnte, habe ich auch nicht verloren, als mir nicht zwei, nicht drei, sondern vier Taxis vor der Nase weggeschnappt wurden. Ich bin ruhig geblieben, habe den Geruch nach Neuanfängen noch einmal tief eingeatmet und bin immer noch lächelnd in das fünfte Taxi eingestiegen. Bei der Ankunft im Hotel, in dem die ganze Crew die nächsten Monate verbringen wird, streite ich auch noch übers ganze Gesicht. Selbst als ich meine Koffer fünf Stockwerke hochgeschleppt habe, weil die Aufzüge ausgefallen sind und ich niemanden um Hilfe bitten wollte, habe ich meinen Glauben nicht verloren. Ich habe meinen rechten großen Zeh zwischen Stufe und Koffer eingeklemmt. Auch kein Problem für meine resolute gute Laune. Selbst die Fahrt zum Set hat sie überlebt, obwohl der Fahrer keinen Orientierungssinn hatte, weswegen ich nach fünf Umwegen zu spät ankam. All das konnte mir mein Neuanfang nicht verderben. Mein Lächeln hat all das überlebt. Doch es hat nur zwei Sätze meines Bosses gebraucht und ist mir einfach aus dem Gesicht gefallen. Ich kenne ihn als seit wenigen Minuten und doch hat der Charme von Logan West, dem Executive Producer von Celebrities in Love, schon volle Wirkung gezeigt. Er kann jedes Selbstbewusstsein unter wenigen Worten zermalmen, bis nur noch feiner Staub zurückbleibt, den der Wind an der Küste von Hawaii in den Weiten des Ozeans verteilt. Ich tue hier mit deiner Mutter einen Gefallen, nur damit das klar ist, sagt er bei weitem nicht zum ersten Mal, während er zielstrebig über das Set läuft und ich Mühe habe, mit dem Schritt zu halten. Er hat ein Headset am Ohr klemmen, bellt ab und an Befehle dort hinein und manchmal einfach quer über den Platz. Die Dreharbeiten beginnen erst morgen, aber heute wird das Set vorbereitet und das Chaos, das hier herrscht, kommt mir sehr bekannt vor. Weil Logan keine Sekunde stehen bleibt, geschweige denn nachsieht, ob ich überhaupt noch neben ihm bin, bleibt mir kaum Zeit, die Aussicht zu genießen. Die Villa, in der die Frauen untergebracht werden sollen, befindet sich direkt am Strand. Die Fassade ist hell und gepflegt, die Dachziegel rot. Der Garten ist genauso weiträumig wie das Innere des Hauses. Dieser Ort könnte idyllisch sein, wenn nicht die Stimmen vieler sehr hektischer Menschen das beruhigende Rauschen des Meeres übertönen würde. Mit Evelyn Carter sollte man sich immer gutstellen, wendet sich Logan nach einigen Minuten, die ich ihm beim Rumkommandieren und Rumschreien zugeschaut habe, wieder an mich. Diesem Statement kann ich nicht widersprechen. In der Auffahrt stehen mehrere schwarze SUVs, die Crewmitglieder von Ort zu Ort fahren. Die Villa des diesjährigen Stars, ehemaliges Boyband-Mitglied mit gescheiterte Solar-Karriere, Henry Lloyd, liegt nur eine Meile von hier entfernt. Nah genug, dass die Crew schnell von einem Dreher zum nächsten gelangt, weit genug weg, dass die Frauen nicht auf die Idee kommen, ihn außerhalb des Drehs zu überfallen. Scheint wohl schon mal passiert zu sein, aber ich bin mir nicht sicher, denn Logan springt schnell von Thema zu Thema. Ob ich ihm gedanklich folgen kann, ist ihm offensichtlich auch egal. Vor der Einfahrt wird ein roter Teppich ausgerollt. Die Villa wird nochmal von oben bis unten geputzt und im großflächigen Garten wurde ein Container aufgebaut, in dem das Equipment und die sogenannte Kommandozentrale des Drehs untergebracht sind. Auf diesen steuert Logan nun zu. Obwohl er bestimmt 15 Jahre älter als ich ist und ein Wohlstandsbäuchlein vor sich herträgt, ist er nicht außer Atem wie ich. Mein einziger Trost ist, dass auch ihm Schweiß über die Stirn rinnt. Auf seiner perfekt rasierten Glatze bricht sich das einfallende Sonnenlicht und würde mich vermutlich blenden, wenn ich mir nicht meine Sonnenbrille vor die Augen geschoben hätte. Du hast keinerlei Erfahrung hinter der Kamera, deswegen erwarte ich jetzt einfach mal nicht zu viel. Aber wer weiß, vielleicht überraschst du mich ja. Doch ich rechne nicht damit. Beeindruckend, wie schnell dieser Mann von Beleidigung zu Kompliment und zurück zu Beleidigung wechseln kann. Er macht sowieso alles, was er tut, beeindruckend schnell. Jeder Schritt, jede Geste, jedes Wort ist hektisch. Als könnte er sich nicht einmal für ein schlichtes Dankeschön Zeit nehmen, auch nicht für die Assistentin, die einem Kaffee in die Hand drückt. Geht einfach weiter, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Aber natürlich, richtet er sich wieder an mich, lässt sich die Anwesenheit einer Aphrodite-Karte auch für meine Zwecke nutzen. Und das werde ich. Wir werden dich in die Vermarktung einbeziehen. Und in ein paar Wochen würde schon eine Publicity-Tour anstehen, inklusive Talkshows, wo du über deine Erfahrungen am Set redest. Geht das klar? Sein Ton verlegt nahe, dass es eine richtige und eine falsche Antwort auf diese Frage gibt. Und an meinem ersten Tag habe ich nicht vor, die falsche zu geben. Das geht klar. Er nickt. Auch das viel zu hektisch. Wenn er nicht aufpasst, zerrt er sich noch einen Muskel im Nacken. Und natürlich werden wir dich ab und an auch mal vor die Kamera stellen. Du wirst offiziell die Unterstützerin der Kandidatin sein. Ein Reality-TV-Profi hilft den Anfängerin, mit den Kameras warm zu werden. Bla, bla, bla. Für diesen Kerl bin ich also Publicity-wirksam mit Deko. Gut zu wissen, wo man steht. Verstanden? Verstanden, sage ich trotzdem brav. Vielleicht traut er mir noch nichts zu. Aber das heißt ja nicht, dass ich ihn nicht vom Gegenteil überzeugen kann. Gut, dann werde ich dir mal deinen Kollegen vorstellen. Obwohl, ihr kennt euch eigentlich schon. Wie dem auch sei, wenn die Kandidatinnen jemanden zum Händchen halten brauchen, braucht ihr natürlich auch unser Star. Und besser als ein Reality-TV-Star sind bekanntlich zwei. Ich schiebe mir meine Sonnenbrille in die Haare und folge ihm zügig in den Container, in dem Leute herumwuseln, Kamera-Equipment vorbereitet wird und große Bildschirme aufgebaut werden. Hier gibt es zum Glück eine Klimaanlage. Aber ich vermute, dass Logan sie nicht seinen Angestellten zuliebe installiert hat, sondern um das Equipment daran zu hindern, warm zu laufen und auszufallen. Logan West mag vieles sein. Ein Menschenfreund ist er nicht. Ah, da bist du ja, Garrett. Ihr kennt euch ja schon seit Jahren. Also spare ich mir jetzt die sinnlosen Vorstellungsphrasen. Die Erwähnung dieses Namens reicht aus, um mich sofort am Boden festzufrieren, was bei diesen heißen Temperaturen unmöglich sein sollte. Logan ist an einen Mann herangetreten, der mir nur seinen muskulösen Rücken, der in einem schlichten weißen T-Shirt steckt, zugewandt hat. Obwohl ich mir einreden will, dass es sehr viele Garretts auf dieser Welt gibt, erkenne ich ihn sofort. Dass es dafür nur seinen Rücken braucht, macht die Situation nicht einfacher. Er dreht sich zu mir um und er scharrt ebenfalls. Seine Augen weiten sich und seine Brust hebt und senkt sich abrupter, als müsste er mit jedem Atemzug, den er in meiner Gegenwart tut, kämpfen. Dass er von meinem Auftreten genauso kalt erwischt wurde wie ich von seinem, ist nur ein kleiner Trost. Es ändert schließlich nichts an der Tatsache, dass er immer noch in diesem Container steht. Als ich erfahren habe, dass Henry Lloyd, der Star der diesjährigen Staffel von Celebrities in Love sein würde, war mein erster Impuls, die ganze Sache wieder abzublasen. Die beiden sind enge Freunde. Henry weiß Dinge über mich, von denen er nichts gehört haben sollte. Doch da er ein umgänglicher Typ und nie ein böses Wort zwischen uns gefallen ist, habe ich mir eingeredet, dass es am Set wegen meiner Vergangenheit zu keinen Spannungen kommen würde. Dass er seinen besten Freund wie sein Lieblingsteady mit nach Hawaii nehmen würde, hätte ich wirklich nicht ahnen können. Die beiden sind erwachsene Männer, nicht Kinder auf einer Klassenfahrt. Doch all diese panischen Gedanken, die mir mit 100 Meilen pro Stunde durch den Kopf jagen, können nichts an der Tatsache ändern, dass Garrett immer noch vor mir steht. Ich mustere ihn. Suche ich nach Zeichen, die mir beweisen, dass er so ist wie früher oder dass er sich verändert hat. Seine braunen Haare hat er kurz geschnitten, seine Augen leuchten blau und die Narbe an seinem Kinn durchtrennt noch immer sauber seinen drei Tagebart. Ich kann das nicht, schießt es mir durch den Kopf. Am liebsten würde ich davonrennen. Das wäre so viel einfacher, als hier stocksteif zu verharren. Doch wenn ich jetzt wegrenne, dann beweise ich nicht nur, dass alle negativen Sachen, die jemals über mich geschrieben wurden, wahr sind, sondern auch, dass Garrett Edwards daran schuld ist. Genau, man hat ja jetzt das erste Aufeinandertreffen von Aphrodite und Garrett gesehen und man merkt ja schon, da ist eine Vorgeschichte vorhanden. Garrett, nochmal ein bisschen zur Erklärung, kommt aus so einer ähnlichen Familie wie Aphrodite. Die Edwards, die haben auch eine Show, wo sie ihr ganzes Familienleben aufzeichnen. Das nennt sich At Home with the Edwards. Und sie sind ähnlich aufgewachsen und ganz früher, als sie kleiner waren, waren die Eltern auch eng befreundet und haben zusammen Crossover-Folgen gedreht und eben sehr viel Content quasi auch zusammen produziert. Aber ab einem gewissen Punkt gab es dann eine große Fehle zwischen den zwei Familien und seitdem wird von allen Familienmitgliedern immer erwartet, dass sie in der Öffentlichkeit sich immer streiten, um eben auch diese Spannung der Öffentlichkeit zu präsentieren, auch wenn nicht alles davon der Realität entspricht. Und die Vorgeschichte, die eben die zwei Protagonisten, Aphrodite und Garrett, haben, kennt niemand und es ist für beide eben schwer damit umzugehen. Und jetzt am Set haben sie eine ähnliche Aufgabe und geraten deswegen oft aneinander und sind jetzt eben zwei Monate zusammen auf Hawaii und müssen miteinander klarkommen. Und man hat eben nicht nur diese Anspannungen, die von ihren Familien herrühren, sondern eben auch andere Anspannungen, die eben nur mit der Vorgeschichte der beiden zu tun hat. Und der Chef, Logan West, will so ein bisschen Rivalität an, will deren Rivalität eben fördern und möchte gern viel Drama haben, auch hinter den Kulissen. Deswegen schlägt da eine Wette vor, wer von beiden sich quasi besser schlagen wird am Set und wer es schaffen wird, die diesjährige Gewinnerin der Staffel hervorzubringen. Ja, und es beginnt mit harmlosen Streichen und die beiden steigern sich immer mehr in ihre Rivalität rein. Und genau, da wollte ich nochmal eine Stelle vorlesen, wo man Garrett auch nochmal zu Wort kommen lässt, mal aus seiner Sicht noch ein bisschen was erzählen, wie es halt so abläuft, wenn die beiden aneinander geraten und sich versuchen, gegenseitig zu sabotieren. Genau, ich setze jetzt ein, wo Garrett quasi in die Kandidatin-Villa geht, um eben mit denen Kontakt aufzubauen, um die Wette gewinnen zu können. Und genau, und da erwartet ihn eine besondere Überraschung. Ich trete ein. Die Kandidatin, die auf den Sofas im Wohnzimmer liegen und sich gerade noch angeregt unterhalten haben, verstummen, als sie mich erblicken. Zwei stehen sogar auf, verlassen das Zimmer und laufen dann zügig die Treppe in den ersten Stock hinauf. Ich will nicht paranoid sein, aber es ist sehr schwer, diese Reaktion nicht auf mich zu beziehen. Hallo zusammen, ich wollte nur... Nun gehen auch die anderen beiden Kandidatinnen, die bisher höflich genug gewesen sind, bei meinem Anblick nicht die Flucht zu ergreifen und ich bleibe allein zurück. Jetzt kann ich ihr Verhalten nicht mehr auf meine Paranoia schieben. Was zur Hölle ist hier los? Sofort laufe ich zum nächsten Spiegel hinüber, von denen es hier zum Glück genügend gibt und stelle sicher, dass mir nichts im Gesicht hängt. Tut es nicht. Ich sehe aus wie immer. Vielleicht habe ich mein Dreitagebart zu einem Fünftagebart werden lassen, aber das ist wohl noch kein valider Grund, um sofort abzuhauen, sobald man mich erblickt. Ich schaue mich kurz um, dann rieche ich unauffällig an meinem Shirt. Okay, stinken tue ich also auch nicht. Seltsamer Tag. Murmle ich vor mich hin, schiebe die Glastür zur Seite und trete hinaus auf die Terrasse. Am Pool haben sich die übrigen Frauen versammelt. Ein paar machen Yoga, die anderen sonnen sich. Hallo, wie geht es euch heute? Wieder werde ich nicht freundlich begrüßt, sondern nur aus vielen weit aufgerissenen Augen angestarrt. Das ist langsam echt nicht mehr witzig. Ich fühle mich wie ein Alien, der auf einem anderen Planeten gelandet ist, ohne es zu merken. Gibt es ein Problem? Frage ich. Nein, sagen mehrere Frauen unisono in einem Tonfall, der allerdings was ganz anderes nahelegt. Bevor ich nachhaken kann, geschieht das gleiche wie im Wohnzimmer. Sie springen auf, laufen an mir vorbei, in einem offensichtlichen Sicherheitsabstand und verschwinden im Haus. Perplex bleibe ich im Garten zurück. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese absurde Situation reagieren soll. Verwirrt in der Gegend rumstehen, erscheint mir angebracht. Nur eine Frau ist zurückgeblieben. Sie heißt Chloe, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe Aphrodite schon oft mit ihr reden und lachen sehen. Sie liegt immer noch entspannt in der Sonne und schaut mir mit gelassener Miene entgegen. Äh, mache ich wenig intelligent. Kannst du mir erklären, warum heute alle Frauen vor mir auf der Flucht sind? Chloe lacht auf. Eigentlich wäre es lustiger, wenn ich es dir nicht erzähle und dir weiter beim Leiden zusehe. Aber so gemein kann ich leider nicht sein. Ihre Mundwinkel zucken. Niemand will mit dir zusammen angetroffen werden, weil sie Angst haben, dass sie dann rausfliegen. Als Chloe meinen irritierten Blick sieht, lacht sie erneut auf. Sie denken, dass du ein Test bist, führt sie weiter aus. Sie glauben, dass du versuchen wirst, sie zu verführen. Und wenn sie auf deine Annehmungsversuche anspringen, wirst du Henry davon erzählen, damit er weiß, wer ihm treu ist und wer nicht. Wie kommt man denn auf so einen Mist? Ich habe nicht vor, mich an irgendwen ranzumachen. Henry hat mir nicht aufgetragen, so ein albernes Spielchen mit den Kandidatinnen zu spielen. Wie kommen sie nur? Viel sagen zieht Chloe die Augenbrauen hoch. Hm, lass mich überlegen, setzt sie gespielt grübelerisch an. Wer könnte wohl davon profitieren, weil alle Kandidatinnen dich meiden? Nein, entfährt es mir. Das hat sie nicht getan. Und wie sie das hat, genial, oder? Sie sabotiert mich, stoße ich hervor und laufe am Pool auf und ab. Ich fasse es nicht. Chloe verdreht die Augen. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du doch derjenige, der zuerst Unfälle gespielt hat. Ich übergehe den Kommentar und wende mich zum Gehen. Aphrodite ist übrigens hier. Sie führt Interviews auf dem Balkon im ersten Stock, ruft mir Chloe hinterher. Ich erwidere nichts und steuere die direkt die Treppe an. Als ich den ersten Stock erreiche und mich ein paar Frauen entdecken, schließen sie sofort Schwung vor ihre Zimmertüren. Obwohl ich jetzt weiß, warum sie das tun, fühle ich mich bei dem Klang, Zuknallen der Türen dennoch nicht willkommen. Das wird Aphrodite bereuen, wenn ich erst das Gerücht verbreitet habe, dass sie sich hinter den Rücken der Kandidatin an Henry ranmacht, will ich ja mal sehen, wie viele Frauen jemals wieder dazu bereit sind, ein Wort mit ihr zu wechseln. Ich marschiere den langen Gang entlang, von dem die ganzen Zimmer abgehen und steuere auf die offene Glastür am anderen Ende zu. Sobald ich die Tür, die nach draußen führt, erreicht habe, bleibe ich im Rahmen stehen, damit Aphrodite mich nicht entdeckt. Der Balkon ist riesig. Am anderen Ende sitzt eine Kandidatin auf einem Sessel und erhält sich mit ihr. Aphrodite hat mir den Rücken zugewandt und bemerkt mich nicht. Eine Kamerafrau, ein Producer und ein Tonmann stehen neben ihr. Doch sie greifen nicht ein. Aphrodite leitet diesen Dreh und sie macht es gut. Die Frau, die sie interviewt, heißt Esmee. Sie ist sehr schüchtern. Auch jetzt hat sie ihre Hände in ihrem Schoß verschränkt und blickt immer wieder hinunter auf ihre Finger. Aphrodite setzt sie aber nicht unter Druck, sondern redet mit ihr, als wären sie nur zwei Freundinnen, die sich bei einer Tasse Kaffee unterhalten. Fragt sie, wie es ihr in der Villa gefällt, funkt der Producer dazwischen und reißt erstmal aus der Unterhaltung mit Aphrodite. Sofort spannt sich ihr ganzer Körper an. Sie krümmt sich zusammen, als weil sie sie so wenig Platz wie möglich einnehmen. Aphrodite räuspert sich und wendet sich wieder an Esmee. Wie ergeht es dir in der Villa? Setzt sie an. Wie verstehst du dich mit den anderen? Die Schultern der Kandidatin verspannen sich noch stärker. Das kann ich sogar aus mehreren Metern Entfernung sehen. Ich, sie, die anderen Frauen, sie, stottert sie. Ja, hakt der Producer ungeduldig nach und macht damit alles nur noch schlimmer. Sie sind nicht so nett. Sie haben, abrupt bricht Esmee ab und startet so intensiv auf ihre Hände, als hätte sie nicht vor, ihren Blick jemals wieder zu heben. Esmee, gar kein Problem. Wir müssen nicht. Doch weiter kommt Aphrodite nicht. Wieder grätscht der Typ dazwischen. Was machen sie denn? Behandeln sie dich schlecht? Fühlst du dich etwa unwohl? So wie er die letzte Frage ausbricht, klingt es wie ein Vorwurf. Sie, mehr kann Esmee nicht sagen. Sie scheint immer wieder am selben Bord hängen zu bleiben. Es ist eine Wand, an der sie einfach nicht vorbeikommt. Sie, wilde ganze Sätze. Das Gestammel können wir später nicht verwenden. Steve, kannst du bitte mal die Klappe halten? Fährt Aphrodite ihn von der Seite an. Nein, schießt er mit scharfem Tonfall zurück. Das ist mein Dreh. Du wirst hier nur geduldet. Also nimm dich nicht wichtiger, als du tatsächlich bist. Erwartet keine Antwort von ihr ab und wendet sich sofort wieder an Esmee. So, jetzt antworte mir bitte in ganzen Sätzen. Was tun die anderen Frauen Schlimmes? Esmys Hände zittern in ihrem Schoß. Sie machen sich über mich lustig. Sie effen mich nach, wenn ich mal wieder diese Worte suchen muss. Sie, sie atmet tief durch, versucht sich zu sammeln, doch es gelingt ihr nicht. Der nächste Laut, den sie von sich gibt, ist ein Schluchzer. Sie weint fast lautlos. Ihre Schultern beben, Tränen rennen ihr ungebändigt über die Wangen. Steve wirft dem Turm an ein breites Grinsen zu, das wohl so viel sagen soll wie, wir haben, was wir brauchen. Mir wird übel. Dieses Bild ist viel zu vertraut, fühlt sich viel zu persönlich an, um einem anderen Menschen direkt vor meinen Augen zu passieren. Und ich scheine nicht der Einzige zu sein, dem es so geht. Aphrodites Rücken verkrampft sich, während die anderen einfach nur munter weiter die Beine Frau filmen. Dann steht sie auf. Steve will sie zurückhalten, doch sie schüttelt seinen Arm entschlossen ab, setzt sich neben Esmee, zieht sie an ihre Schulter und schirmt sie mit ihrem Körper von der Kamera ab. Verschwinde aus dem Bild, ich mein's ernst, zwischte er ungehalten. Doch anstatt sich von der Stelle zu bewegen, zeigt sie ihm nur den Mittelfinger und schließt die Arme um Esmee, die sich an sie lehnt und in ihrer Schulter weint. Aphrodite streicht Esmee langsam durchs Haar. Alles wird gut, mummelt sie und mein Herz bleibt stehen. Seit wir hier angekommen sind, verstellt sich Aphrodite, sobald sie mich bemerkt. All die Bilder, die ich in den letzten Jahren von ihr gesehen habe, haben ihr nicht die Person gezeigt, die ich kannte. Sie war nicht sie selbst, weil sie nicht anders konnte. Ich muss es wissen, so funktioniere auch ich. Aber gerade für diesen kurzen Moment ist sie die Person, die ich kannte. Die Person, die sie vermutlich tief in ihrem Inneren noch immer ist. Ich erschauere am ganzen Körper und ich kann nicht einmal sagen, was Genaues auslöst. Ist es die Erkenntnis, dass sie nicht wirklich fort ist? Ist es ihr herzlicher Blick, den sie Esmee zur Aufmunterung schenkt? Keine Ahnung, vermutlich ist es alles zusammen. Ich schlucke schwer und weiß, dass ich meinen Plan, von dem ich noch so fest überzeugt war, als ich diesen Balkon betreten habe, nicht werde durchziehen können. An der Aphrodite, die mir fremd ist, hätte ich mich vielleicht für ihren Streich rächen können. Aber nicht an der, in die ich mich vor all diesen Jahren unsterblich und unumstößlich verliebt habe. Also man merkt, zwischen den beiden gibt es viel Spannung und es stehen viele ungesagte Dinge zwischen ihnen. Das muss ich ja noch klären und natürlich auch, wer die Wette gewinnt. Aber das werde ich nicht verraten. Spoiler gibt es hier nicht. Wer es erfahren will, muss das Buch lesen. Und das war Harper Least. Ich bin Pham Sharper und das ist mein Buch Catching up with the Carters in your eyes.